so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es die future rockets von komet der durchaus einzigste und beste effekt von komet den man sich echt geben kann so sieht das ganze aus hier hier nochmal von hinten 76 gramm nehmen also das ist schon eine ansage auf jeden fall so also holen wir mal zwei von denen raus die sehen leider sehr verschieden aus haben aber im grunde eigentlich alle den gleichen effekt und zwar ist das hier drauf auf jeden fall hat eine future rocket 19 gramm sehr schön mit diesem heißen das wohl dieses komische plastik papier hier der effekt ist quasi so eine crackling palme mit einem mit blauen stern dachte ich habe ich noch so in erinnerung und ich freue mich auf jeden fall unnormal auf die dinge mal gucken ob die wirklich überzeugen können wie in allen videos die ich bis jetzt gesehen habe und da würde ich sagen sehen wir uns jetzt gleich zur zündung bis gleich los geht's ja future rockets von komet ich freue mich das gold ne und gucken wir mal ob es wirklich gold ist natürlich auch schön hinstellen ich will ja nichts lang anhaltendes crackling aber blaue sterne naja mal gucken was das blau ist jetzt die blaue version blaue version ich denke es gibt keinen unterschied wurde aber unterschiedlich beschrieben war genau gleich aber geile teile leute halt noch ein bisschen teuer die ja die Untertitelung des ZDF, 2020